Hallihallo, willkommen zurück bei Patricks Finanzen. Mein Name ist Patrick und ich bin wieder auf dem Arbeitsweg. Danke, dass du eingeschaltet hast. Freut mich, dass du die Zeit gefunden hast. Und ja, zum Thema. Nicht so ein erfreuliches Thema, glaube ich. Für mich jedenfalls. Ich denke mal für die meisten, eigentlich für alle, wenn es betrefft würde. Allerdings glaube ich, ich weiß es noch nicht, aber ich glaube, dass demnächst meine Einnahmen sinken werden. Ich habe einmal den Job, meinen Hauptberuf, den ich hier ausübe. Und da erstmal gute News. Hoffe ich mal, dass das wirklich auch so klappen wird. Ist auch noch nicht entschieden. Aber es soll ab Oktober 2021 nach 16 oder 17 Monaten, ich kann nicht mehr, März bis Oktober, ja, also fast 18 Monate, also anderthalb Jahre Kurzarbeit, soll die Kurzarbeit endlich aufhören. Ob das der Fall sein wird, das sehen wir dann im Oktober. Aber das ist erstmal so auf- oder angestrebt. Das würde bedeuten, dass wieder ein bisschen mehr Geld reinkommt. Das ist schön. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Nebeneinkommen, was eventuell demnächst wegbrechen könnte. Höchstwahrscheinlich sogar. Und das wird mir natürlich etwas in die Beine grätschen mit den Investments. Also grundsätzlich haben wir ja schon mal das Investmentziel von diesem Jahr geschafft. Das auf den Depots. Da waren ja 10.000, sind wir ja schon drüber. Also theoretisch könnte ich auch sagen, weißt du was, wir machen mal einfach jetzt hier Pause-Knopf. Und es läuft einfach weiter und das, was irgendwie noch an Geld reinkommt, also aus Nebenverdiensten, das legen wir mal auf die Seite. Entschuldigung. Also das steht da noch nicht fest. Allerdings muss ich mir jetzt schon Gedanken machen, was ist, wenn das der Fall sein wird. Dann muss ich ja irgendwie gucken, wie werde ich die Sparpläne bedienen können. Und in den Summen, in denen ich bisher investiert habe, könnte das dann nicht mehr möglich sein. Und das ist natürlich unschön. Und deswegen überlege ich mir, was kann ich machen, um die maximal mögliche Summe, die es dann noch möglich sein wird, wie hoch die ist, weiß ich noch nicht, weiter besparen zu können, die Sparpläne. Werde ich ein paar Sparpläne aussetzen, werde ich sie alle auf ein Minimum setzen. Selbst wenn ich sie alle auf ein Minimum setze, von den aktuellen Sparplänern, dann bin ich trotzdem noch bei 850 bis 875 Euro im Monat. Und das wird höchstwahrscheinlich auch nicht möglich sein. Ja, also alles in allem ist das alles, ja, so Rechenspiele sind halt unschön. Und da wäre halt die Frage an euch, wie würdet ihr das machen? Also ich würde einfach mal die Sparpläne, die ich jetzt habe, hier einblenden. Ich kann sie nicht alle aufzählen, dafür sind es zu viele. Und dann könnt ihr ja mal sagen, was ihr denkt. Also ich habe natürlich schon mir eine Liste gemacht von denen, die auf jeden Fall weiterlaufen sollen. Von denen, die ich würde pausieren und von denen, die ich ja auch stoppen könnte, wo es mir jetzt einfach nicht so wehtun würde. Und ich die ja irgendwann später halt wieder weiter besparen könnte, wenn es dann wieder flüssiger wäre. Entschuldigung. Jetzt wird es ein bisschen dunkel. Zusätzlich dazu haben wir ja noch die dritte Säule hier in der Schweiz. Und ihr wisst, das ist eine Priorität und die werde ich auch nächstes Jahr versuchen anders anzugehen. Da dieses Jahr hat es nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Im Sinne von, ich habe die Summe, die wir monatlich zahlen für meine Frau und für mich in der dritte Säule, zu gering angesetzt. Das heißt, es ist schon Geld reingeflossen, was gut ist. Aber der Betrag ist einfach so klein gewählt worden, leider zu klein gewählt worden von mir, dass einfach jetzt zum Ende des Jahres hin extrem viel noch reingebuttert werden muss. Nur mal so zur Bösordnung, es sind noch ungefähr 8.000 Euro, die reingeballert werden müssen. Was nicht geil ist. Insgesamt sind es knapp 13.000 Euro. Wir haben jetzt knapp 5 schon rein. Aber es sind immer noch 8.000, die ausstehen sind. Und 8.000 geteilt durch 4 Monate, die wir noch haben, bedeutet, wir müssten rein nach der Rechnung her 2.000 Euro pro Monat reinknallen. Und das tut jetzt natürlich weh. Das heißt, ich muss mich jetzt wirklich stretchen und wir müssen jetzt wirklich gucken, wie, was, wo. So, dass wir das noch reinmachen, weil das ist muss rein. Also dieses Geld muss noch investiert werden in die dritte Säule über die WIAG, damit wir halt die Steuerlast reduzieren können. Und ich will einfach nicht mehr Steuern zahlen, als es muss. Und gleichzeitig kann ich ja auch was fürs Alter anlegen, also für die dritte Säule. Altersvorsorge, die private hier. Und es hat noch Kurswachstum da drin. Ja, also das muss auf jeden Fall sein. Vielleicht noch zum Verständnis, weil er sagt, ja, dann hast du ja hier, hast du ja Geld. Und da ist ein, ich sehe das noch ein bisschen so wie zwei Investitionen, die ich habe. Das eine läuft über Deutschland. Ja, also das Depot, die meisten Investments laufen über Deutschland, über die Comdirect und die Konsorsbank, über die Sparpläne. Und das Geld ist in Euro. Ja, und ich habe einen Verdienst, also einen Nebenverdienst, der kommt in Euro rein. Ja, deswegen bleibt das Geld halt auch direkt in Deutschland und wird dort reinvestiert sozusagen. Dann habe ich natürlich Geld, was hier in der Schweiz reinkommt, das bleibt in der Schweiz. Ja, einzige Ausnahme ist das Kindergeld, was wir bekommen von unserer Tochter. Das schicke ich halt rüber alle zwei, drei Monate in einem Block sozusagen. Da sind wieder zwei Monate durch, jetzt muss ich wieder Geld schicken, damit das Depot unserer Tochter weiter gefüttert werden kann. Aber an sich betrachte ich die Sachen als separat, also links und rechts. So, nochmal für alle kurz, weil es mir wieder eingefallen ist. Ich habe einen Abstandsatoren, ich habe einen Spurhalte, einen aktiven Spurhalteassistenten. Wenn ich so mache, keine Ahnung, guck mal, wenn ich nach rechts lenke, dann lenkt das Ding wieder nach links. Also keine Sorgen, ja, nur mal so nebenbei. Also, wie gesagt, das muss noch reingebuttert werden und es ist noch relativ viel Geld, was rein muss. Deswegen mache ich mir jetzt gerade Gedanken, wie das Ganze aussehen wird, wie wir das noch machen. Für das nächste Jahr ist jetzt erstmal angedacht, dass wir diese Summe von der dritten Säule, und das sind knapp 6.500 Euro pro Person, also 13.000 Euro aufs Jahr gesehen, dass wir das nicht mit einer kleinen Summe anfangen zu starten, sondern mit einer viel höheren, soweit möglich natürlich, damit wir zum Jahresende fertig sind, bevor das Jahr zu Ende ist, oder das wirklich so aufteilen, dass wir das genau so durch 12 machen und einfach jeden Monat genau ein Zwölftel einzahlen und dann am Ende nicht so einen Brocken haben. Vorteil habe ich noch, es kommt noch Weihnachtsgeld rein oder ein 13. Gehalt, was natürlich auch kleiner sein wird durch Covid oder durch die Pandemie, weil wir ja auch 20% Gehalt-Einbußen hatten seit Anfang des Jahres, also seit letztem Jahr, aber wenn wir aufs Kalenderjahr sehen, von Januar bis dann September, also fehlen neun Monate mal 20% sozusagen. Und das fehlt natürlich dann auch im Weihnachtsgeld. Das wird noch ein bisschen helfen, aber wir haben auch immer noch die Steuern zu zahlen, die sind auch noch nicht gezahlt, da lege ich zur Seite. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu sehr rein und habe ein bisschen zu viel investiert, was natürlich gut ist auf einer Seite und ich mich dadurch ein bisschen stretche und jetzt aber halt ein bisschen die Kopfschmerzen bekomme, also bildlich gesprochen Kopfschmerzen bekomme, dass ich mich stretchen muss und gucken muss, okay, ich muss noch irgendwie Geld verdienen jetzt, zusätzlich zum normalen Einkommen, durch Nebenverdienste oder durch was auch immer, Affiliate, wie auch immer. Und das ist, wie gesagt, wenn ihr da irgendwas benutzt von den Links, das müsst ihr ja nie machen, das möchte ich auch nochmal gesagt haben. Ich zwinge niemanden, irgendwas zu eröffnen, ich zwinge niemanden, irgendeinen Link zu klicken oder irgendwas. Aber wenn jemand sowieso etwas von den Sachen eröffnen möchte, ob es jetzt ein Depot ist oder ein Konto oder, keine Ahnung, die Umfragen bei Adapol oder bei Amazon einkauft, das ist ja eure freie Entscheidung, das müsst ihr nicht machen. Das ist einfach nur ein Angebot für euch und meistens ist es sogar ein Angebot so, dass ihr davon profitiert, ich davon profitiere und der, der das verkauft oder der Broker oder die Bank auch immer, hat auch einen neuen Kunden. Also ist es eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Ich versuche euch nichts aufzuschwatzen, das ist einfach nur, wenn ihr schon daran gedacht habt, dann könnt ihr es benutzen, ansonsten ignoriert es einfach und fertig. Da muss man gar nichts anderes sagen zu. Und ich finde das auch cool, wenn andere Leute das machen, weil meistens ist zum Beispiel, ich habe letztens ein Video von Bernd gesehen, glaube ich gestern, wo er Binance und Crypto.com oder sowas vorsteckt und da Stacking betreibt und er investiert sein Geld dort rein und testet das dann sozusagen für uns. Und wir sehen, dass das funktionieren kann und dann können wir immer noch entscheiden, ja, mache ich oder ja, nein, mache ich nicht. Aber es kommt wenigstens von jemandem, dem wir vertrauen in dem Sinne und den Inhalt halt gucken und wenn er oder sie, je nachdem, wie man das schaut, sagt, das ist gut, dann kann man da, glaube ich, mal drauf vertrauen. Und wenn jemand sagt, das ist nicht gut, dann kann man ihm auch vertrauen und sagen, okay, weißt du was, ich sage nicht. Und das ist einfach so ein Support an uns, ja, Content Creator, sage ich mal so. Aber gut, genug dazu. Ja, zurück zum Anfang. Ich muss mich jetzt irgendwie stretchen. Ich muss gucken, wo ich noch diese 8.000 Euro jetzt, wie ich die absparen kann von den Kosten, die wir so haben. Wie gesagt, Steuern muss ich auch noch zahlen und der Umzug in den Kanton Luzern, da ist auch noch nichts gekommen. Da warte ich auch auf irgendwelche Steuerunterlagen und da denke ich mal, wird es dann wieder gleich so einen großen Batzen geben. Ja, also, ich weiß nicht, wir müssen mal schauen. Es wird irgendwie schon klappen, aber es wird jetzt zum Ende des Jahres ein Stretch hin. Und nächstes Jahr wird es dann noch ein größerer Stretch sein. Es ist aber so, ich wusste, es gibt Nebeneinkünfte, die sind nicht von Dauer, die können laufen und irgendwann sind sie dann vorbei. Und das könnte halt jetzt der Fall sein. Und jetzt muss ich kreativ werden und irgendwo gucken, wo ich eventuell neue Aufträge herbekomme. Um halt das irgendwie auszubalancieren. Ja, we will see. Ich weiß nicht, vielleicht bleibt noch ein bisschen was über, das müssen wir noch schauen. Oder ich kann ein bisschen was machen, aber nicht mehr in dem Sinn, in dem Stil oder mit den Summen, die ich da bekommen habe, wie ich sie bisher hatte. Also, ihr habt es jetzt gesehen, die Titel, die ich habe. Was würdet ihr machen? Oder sagt ihr, ey, weißt du was, lasst doch einfach das alles, pausiert doch einfach alle Sparpläne und lasst einfach das, was im Monat reinkommt. Und bespart das auf dem ETF, auf den S&P 500 oder auf dem Fuzio Award oder MSCI Award, keine Ahnung. Und macht es einfach ein bisschen einfacher. Themen wird es genug geben, die man besprechen kann, auch wenn man ETF nur besparen würde. Das wird ein bisschen einfacher sein, weil dann kann man sehen, ey, in dem Monat kommt vielleicht 300 Euro rein, dann investiere ich ja 300 in den ETF. Im nächsten sind es halt vielleicht 180, dann gehen 180 da rein. Und so kann man flexibel sein. Da müssen wir nicht jeden Monat die Sparpläne auf- und anmachen oder an- und ausmachen. Und ja, also, es wird ein bisschen Änderungen geben, aber das könnte auch temporär nur sein. Es könnte auch sein, dass irgendwann nächstes Jahr doch wieder mehr Geld reinkommt oder das Jahr drauf. Ich werde sowieso so viel investieren, wie möglich ist. Die dritte Säule, diese 13.000 sind das Minimum, was wir in der Schweiz investieren. Und das, was in Deutschland bei rumkommt, von den Nebeneinkünften, das wird dann halt so investiert, wie halt Geld reinkommt. Es wird trotzdem noch eine Menge Geld sein, weniger als höchstwahrscheinlich dieses Jahr und letztes Jahr. Aber manchmal ist das halt im Leben so und ich mache das Beste draus. Und vielleicht finde ich ja dadurch einfach eine neue Möglichkeit, die vielleicht sogar am Ende mehr Geld bringt. Das weiß man ja nie. Opportunitätskosten oder Opportunities gibt es halt jeden Tag. Man muss sie finden und am Schopf greifen oder wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. Mit Sprichkörtern bin ich sie so gut. Und das war es eigentlich schon gewesen. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Könnt gerne ein Abo da lassen, wenn ihr möchtet. Und den Kanal supporten auf welche Weise auch immer. Ich habe es vorher ein bisschen angesprochen. Ihr müsst nicht, ihr könnt gerne. Also bleibt gesund, habt einen schönen Tag. Ich sehe euch beim nächsten Mal und bis dann. Ciao. 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 Ciao.